Haha, was war das für ein lustiges Video, ey, und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und trägst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und ich habe mir gerade richtig lustige Videos angeschaut. Oh, die Taste noch, warte mal, das ist auch nicht schlecht, ja, 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 so, 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 so. Das ist doch Vitamine, Freunde, und hallo? Und fertig! Moment mal, hey, Vitamine! Hey, wer bist du denn? Hey, wer bist du denn? Ich muss jetzt gerade hier was eintippen mit meinen Füßen, oh yeah! Mensch, ja, du bedienst den Laptop mit deinen Füßen, aber mach das doch woanders, wieso machst du das von meinem Haus mit diesem stinknormalen Laptop, ey? Du sagst stinknormaler Laptop Hey, stinknormal Sowas von stinknormal Und kann dein Laptop vielleicht das hier Okay, warte mal, so einprogrammieren Okay, wollen wir einfach mal Das Wetter Zu einem kleinen Sturm machen Zu einem kleinen Sturmwetter Mit einem Laptop, Freunde Oh Mann, oh Vitamine, du bist sowas von verrückt Oh yeah, okay Okay, irgendwie klappt es nicht Und Moment Warte mal, was war das Bitte für ein krasser Zufall Es hat genau dann angefangen zu regnen Ich kann das auch noch nicht Moment, Moment, was passiert hier Wieso ist es auf einmal nachgeworden Moment mal Vitamine, was ist hier los So richtig steuern kann ich den ehrlich gesagt Noch nicht, und zwar kannst du damit Die Welt steuern Was, das ist also ein richtiger Hacker Laptop Oh yeah, warte mal Aber so richtig kann ich den nicht steuern Warte mal, wenn ich jetzt eigentlich Oh mein Gott, wie krass ist der denn Von wo hast du den bekommen? Vitamine kann fliegen Ist ein Superheld Was, Vitamine kann fliegen? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist ja ein richtiger Hacker Laptop Und, hallo, wo bist du? Da bist du Was war denn da los? Ich weiß nicht, Sandy Auf jeden Fall ist das eine mega coole Maschine Aber ich kann ihn noch nicht so richtig steuern Das ist mega, mega krass Und warte mal Kannst du mich auch zu dir teleportieren? Ich bin hier, okay? Warte mal Du gehst mal zum Laptop So, aber, Sandy Ich kann dir das jetzt ehrlich gesagt Noch nicht so richtig versprechen, okay? Oh yeah, das ist mega krass, der Laptop Und, ich glaube, was ist das passiert? Oh, Moment mal Es ist dunkel geworden, Vita Oh, falsche Kasse, okay Was ist das für ein Laptop? Und, Sandy, es geht los Drei, zwei, eins Oh yeah, let's go Wow Ich hab mich zu dir teleportiert Hey, aber es hat echt geklappt Das ist mega, mega krass Einfach, von wo hast du denn her? Hey, Moment mal Das sind geheimnisse Geheimnisse Erzähl mal nicht weiter Bist du in einer geheimen Hacker-Gruppe? Oh yeah, okay Wir machen jetzt mal auf jeden Fall eine Minute stumm Kann passieren Oh, wow Es klappt Oh Gott Was ist denn hier los, ey? Auf einmal fängt es an zu regnen Du kannst die ganze Minecraft-Welt kontrollieren Oh yeah, yeah Okay, stimmt wirklich Fest gewittert Mach das aus Mach das sofort aus Los Nee, nee Lass das ruhig laufen Okay, wir lassen noch ein bisschen laufen So Okay, warte mal Wir machen normal Oh Gott, oh Gott Oh nein, oh nein Alles gewittert Du zerstörst alles Und, jawohl Du hast es wieder rückgängig gemacht Okay, mach mal wieder Tag Das ist mega, mega krass So, wir machen auf jeden Fall Tag Okay, kassel Klapp Aber ich würde sagen Senti, ich habe leider keine Zeit mehr Es tut mir leid Ich muss mit meinem super-duper Laptop wieder nach Hause Hey Ich habe noch etwas vor Es tut mir leid Hey, bleib doch noch ein bisschen Damit können wir bestimmt noch viel coolere Sachen machen Komm schon Ja, Senti Vielleicht zum Beispiel Aber, nee, Senti Es geht nicht mehr Okay Naja Dann bis später Tschüss Okay Senti, aber eins kann ich dir doch zeigen Oh ja So, Senti Geh mal weg Geh mal weiter weg Okay, okay, okay Was passiert jetzt? Wow Yes Versuch mal wegzulaufen Nein Lass mich in Ruhe, Vitamine Okay, Senti Und zack So, lieber Laptop Du bleibst hier Okay, Freunde Das bedeutet Der Laptop ist tot Das ist der ultimative Hacker-Laptop Den Vitamine da hat Das ist mega, mega krass Seht ihr ihn, Freunde? Oh mein Gott Ich will den unbedingt auch haben Schreibt es mal genau Jetzt unten in die Kommentare Sollen wir Vitamines-Hacker-Laptop klauen? Oh yeah Und wenn du darauf auf jeden Fall Lust hast Dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da Das würde mich sehr, sehr freuen Und ich würde sagen, Freunde Ich hoffe, ihr habt dem Video alle einen Like gegeben Weil jetzt geht es auf geheime Hacker-Missionen Unsere Mission ist es Den ultimativen Hacker-Laptop zu klauen Oh yeah Da müssen wir aber richtig gut aufpassen Ich würde sagen Wir klingeln erstmal Das Vitamine an die Tür läuft Und dann kommen wir von seiner Garage Und 3, 2, 1 Und Ding Dong Wir klingeln mal Warte mal, okay, hallo Jawohl, er kommt, er kommt Jetzt ganz, ganz schnell zu seiner Garage Und zack, rein Okay, sehr, sehr gut, Freunde Wohl, ey Egal So, ich muss wieder zu Lena Lena, wir können den Film weitergucken Oh nein, er ist wieder drin, Freunde Wir müssen irgendwas anderes machen Wir schleichen uns ganz, ganz langsam rein, Freunde Und warte mal Das Vitamine Und sein Hacker-Laptop müsste auch irgendwo sein Warte mal Ich fahre einfach mal sein Auto weg Und dann sollte er vielleicht die Autogeräusche hören Und let's go, Freunde Moment, Moment, Moment Irgendjemand mit Alter, ist ein Verbrecher, Lena Ja, 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 jawohl Und zack, 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 Freunde Moment, ich muss mein Auto wieder in die Garage fahren Jawohl Verbrecher, das gibt's nicht Oh Mann, oh Mann Jawohl, das ist unsere Chance, Freunde Und nein, nein, nein Schnell, schnell, schnell Da ist der Hacker-Laptop Und let's go So, Lena Das Auto steht wieder in die Garage Ich hab alles abgeschlossen So, wir sind jetzt hier oben auf jeden Fall Sehr, sehr gut Wir brechen von hier oben aus Let's go Wie ich kann's kaum glauben Oh Mann, oh Mann Wir haben den ultimativen Hacker-Laptop Und warte mal Wo ist die Termine? Ich glaube, er ist wieder zu Hause Okay, Freunde Jetzt müssen wir nur rüberspringen zu meinem Haus Schafft mir den ultimativen Sprung, Freunde Let's go Oh, upsie Das hat nicht so gut geklappt, Freunde Aber wir haben's echt geschafft Wir haben den ultimativen Hacker-Laptop Und ich würde sagen Wir gehen ganz, ganz vorsichtig mal in mein Haus rein Und mal schauen Was wir mit diesem ultimativen Hacker-Laptop machen können Und ich würde sagen, komm Dieser langweilige Laptop kann mal weg, Freunde Den brauchen wir nicht Wir bedienen jetzt den Hacker-Laptop Oh yeah Das ist mega, mega krass Als allererstes würde ich sagen Ich gebe mal ein, dass es Nacht wird Wir fangen mal ganz easy an Okay, so Zack, zack, zack Ich hoffe, das klappt alles Und let's go, Freunde Und warte mal Wir gucken mal nach draußen Und es hat wirklich geklappt Es ist wirklich Nacht geworden Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Okay, und jetzt werde Tag Let's go Und komm schon, Freunde Was ist jetzt los? Und was? Oh yeah, Freunde Wir haben die Kontrolle Über die ganze Welt Das ist sowas von cool einfach Oh yeah Und jetzt würde ich sagen Wir lassen mal Vitaminesfreundin Lena verschwinden Und mal gucken, ob der dann irgendwas dazu sagen wird So, Vitaminesfreundin Lena gleich weg Und Lena Warte mal Ist Vitaminesfreundin jetzt wirklich verschwunden? Wir gehen mal nachschauen, Freunde Ob sie wirklich weg ist Das darf ja wohl nicht wahr sein Und Moment mal Hey, Vitamine Hast du Lena gesehen? Die ist auf einmal weg gewesen Hey, nein Wie, die ist auf einmal weg gewesen? Oh ja Die war von Einer Sekunde auf die anderen weg Das geht doch eigentlich gar nicht Hey, das ist Mega, mega verrückt Ich weiß nicht, was du meinst, Vitamine Aber ich muss jetzt weg Was denn? Okay, ich komme einfach mal mit Weil alleine will ich nicht sein Äh, nein, nein Warte mal ganz kurz Warte vor der Tür, okay? Okay Was denn? Äh, warte, warte Oh Gott, oh Gott, Freunde Wir müssen jetzt irgendeinen Befehl finden Damit Vitamine das Ganze vergisst Können wir seine Gedanken einfach löschen, Freunde? Lena? Gedanken, Vitamine gleich löschen Jawohl Es hat geklappt, Freunde Ich glaube, jetzt hat er vergessen Dass seine Freundin verschwunden ist Und Hey, Vitamine Hallo Äh, hallo Na, was geht ab? Hallo Moment mal, hallo Äh, hallo Hier ist Santi, dein bester Freund Was geht ab? Hallo Moment mal Nein Freunde, was ist denn jetzt passiert? Oh nein, ich glaube Ich habe nicht nur den Gedanken gelöscht Dass er seine Freundin vergisst Sondern Er hat einfach alles vergessen Nein Und jetzt ist er Hallo Papa Nein Oh nein, oh nein, Freunde Äh, äh, kennst du mich noch? Papa Oh nein, warte mal Kannst du überhaupt reden? Nein Er hat einfach alles verlernt, Freunde Das darf doch nicht wahr sein Was haben wir gemacht? Äh, hallo Äh, ich bin dein Papa Genau Warte mal ganz kurz, Freunde Wir müssen das jetzt Tschüss Papa Oh nein, oh nein Ganz schnell rückgängig machen Oh nein, oh nein Okay, wir stellen jetzt ein Vitamine Gleich Normal Und Was steht da mit dem Schaf? Äh, naja Und Let's go Jawohl Und ich denke mal Jetzt sollte Vitamine auf jeden Fall Alles wieder wissen Wir gehen mal ganz vorsichtig nachschauen Und Moment mal Wo ist der denn Hallo Wo bist du? Ey, verstehe dich nicht Moment mal Äh Vitamine Was ist denn jetzt los? Warte mal Er ist Er ist auf einmal ein Schaf geworden Hallo Ich bin ein Vitaminschaf Määh Oh nein, was ist denn jetzt los, Freunde? Wir haben wieder Ein Schaf verwandelt, Freunde Oh Mann, oh Mann Aber jetzt würde ich sagen Kommt der mit Abstand Krasseste Befehl Den es Och Gibt Schafpupse Wie eklig ist das denn? Wir werden jetzt probieren In den Unsterblichkeitsmodus zu gehen Mit diesem ultimativen Hacker Laptop Oh Mann, oh Mann Ich weiß nicht, ob es das schaffen wird Dann würde ich sagen Wir aktivieren es Bei drei Eins Zwei Und drei Und Moment mal Freunde Warte mal Wir gehen mal nach draußen Und Wow Wir können einfach fliegen Und keiner kann mich besiegen, Freunde Und warte mal Ich bin einfach im Creative Modus Das ist so, so krass Der unglaubliche Game Mode Eins, von dem alle sprechen Und diesen erreicht man nur Mit Vitamins Hacker Äh Laptop Und Hey Oh Mann, oh Mann Und Freunde Ich hab grad eine mega lustige Idee Vitaminer, denkt ihr, er ist ein Schaf Und Was würde jetzt passieren Wenn ich einfach so ein Schafmädchen spawne Das ist doch mega lustig, Freunde Und ich spawne mal ein Mädchen Und Da ist ein Mädchen Und Und Moment Was ist denn da los? Oh Gott, oh Gott Freunde Das ist mega, mega verrückt Vitaminer küsst einfach Oh Ein Schaf Was ist denn hier los? Dann würde ich sagen Wir gehen ganz, ganz schnell in mein Haus rein Und machen einfach alles wieder rückgängig so Zack, zack, zack Und Moment mal Äh Upsi, Freunde Ich glaube Ich habe den Hacker Laptop zerstört Äh Warte mal Ich glaube Wir haben jetzt Äh Ein kleines Problem, Freunde Äh, hallo Äh, hallo Vitamine Oh Nein Freunde Ah Was ist denn hier los? Das darf ja wohl Das darf ja wohl nicht wahr sein Oh nein, oh nein, Freunde Wie sollen wir das jetzt jemals rückgängig machen? Ich habe aus Versehen den Hacker Laptop zerstört Das ist einfach mega mega verrückt Naja, Freunde Dann würde ich aber sagen, Freunde Das war's mit dem heutigen Video Ich hoffe, dir hat das Video gefallen Wenn ja, like, abonnieren Und die Glocke aktivieren Und dann verpasst du auch Keine weiteren coolen Videos mehr Und dann bist du auch Ein Teil Der Mäh Tensami Schaut unbedingt bei meinem besten Schaffreund Vitamine vorbei Das wäre auch Sehr, sehr cool Und dann sehen wir uns morgen wieder Bei einem neuen Video Und bis dahin Tschüssi Mäh